Ja, vielleicht kriegen wir jetzt die Antwort. Ja, das wär gut. Wo die Black Task singt. Geh mal auf die Karte. Dann klicken wir mal den Stützpunkt an. Die Black Task haben die Virustatica in ihrem Stützpunkt am Tidal Basin und planen sie an einen sicheren Ort zu bringen. Wir müssen sie bergen, bevor das geschieht. Wir haben eine Schwachstelle entdeckt, über die sie in die Basis gelangen können. Ein Heli steht bereit, um die Virustatica abzuholen, sobald sie sie haben. Ja, Virustatica und hin und her. Also wir sind ziemlich reingelegt worden von dem angeblichen Präsidenten. Ellie. Das Arschloch. Ellie das Arschloch. Also los. Ja, wir gehen vor. Das war nicht gut. Nee, das war nicht gut. Virustatica, die die alle heilen könnten, hat er nämlich zu wenig gehabt und ja, war nicht gut. Nee, der hat uns ein bisschen verarscht, ne? Richtig. Oh, hier ist was. Hier ist was? Achso, da. Jo. Ist noch mehr hier? Jo. Oh. 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 Er ist noch mitten in der Nacht, ne? Oh. 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 Das war's schon. Hallo? Ich glaub hier kriegen wir auch keine Antwort. Ach, haben wir doch einen Pech. Ehrlich, aber es ist ja schön dunkel draußen. Ja. Kann man fast gar nicht sehen und sie haben wieder so ein rotes Ding dahinten. Also, auf ihrem Ruppen. Nicht nass? Schon wieder, muss ich immer sehen. Der Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass ich eben halt schaue. Ich probier mal mein neues Snipey. Darf ich? Ja, machen sie mal. Gehen sie mal da weg. Wieso? Snipey, schieß. Vorsicht, links von ihnen. Ja. Genau, das macht sie sehr gut. Sehr gut, die Knarre, muss ich sagen. Ja, sie sind schon blind teilweise. Nein, ich habe ein helles Umgebungslicht, verstehen Sie? Aber sie rennen auch dran vorbei. Ja, soll ich sagen. Oh, das ist ja... Oh Gott! Was? Oh. Vielleicht ist da oben auch noch was. Das ist ja nicht... Oh, ein Waffenkoffer! Oh! Eine doppelläufige Schrottflinte! Äh, das hört sich an wie... Ich nass. Ne, wie ein Hundi. Können wir die weg machen? Die Hundi? Ist ja die hier. Ich weiß nicht, wo der Hund ist. Ja, der rennt auch hier rum. Was? Wir haben einen mehr von einer Tiefen auf erlebt, komm! Vorsicht! Was denn? Was denn? Acht! Okay, dann licht die Geben nochmal ab! Das ist doch nicht so stark wie da oben, oder? Das gibt's doch gar nicht! Hier ist noch ein! Oh, namhafter! Geil! Vielleicht lässt der was ihnen dropen! Der droppt doch nicht! Das ist doch ganz exotisch! Das ist doch ganz exotisch! Das hat er getroppt! Ist noch jemand? Schmeiß mal ne Rolli! Das ist doch nicht! Oh ja! Lass ihn mal hochkommen! So, wir können mal einsammeln, glaub ich! Ach, jetzt muss ich wieder durch die Matsche laufen hier! Ja, Herr Hoxen! Man kann nicht alles haben, verstehen Sie? Ja, aber die Schuhe, Mensch! Jaaa! Sagen Sie mal, ich glaube, wo die Dealer! Ach hier! Ist ne Rüstung! Noch irgendwo was? Ach, schon wieder Gegner! Leckt mich doch am Arsch! Geradeaus! Ich glaube, ich schmeiß mal bei der Rolli! Die, die, die umgehen, weil komm! Beide Rolli! 2, 2, 1, Rolli! Ich seh die gar nicht! Ach, da! Das ist ne Munitionskiste, falls sie was brauchen! Wo kommt denn jetzt hier von da hin? Ja, da kommen nur noch welche zur Verstärkung! Komm doch zurück! Ja, hier liegt doch noch was! Aua Das ist der Willi Kennst du den? Nahmhaften? Hey Willi Haben sie Nahmhaften dahinten oder was? Interessant ist, wenn sie den niedergeschossen haben und was Rotes entsteht Ja, das weiß ich doch Ach denn Aber da ist ja nichts Wenn sie dann die Kugelhölle kriegen, die müssen sie mir dann unbedingt geben Warum soll sie denn die spielen? Weil sie dann damit nichts anfangen können Warum kann ich denn damit nichts anfangen? Weil sie dann Snipe-Gewehr haben, statt 3000 Schuss auf irgendeinen Gegner zu machen Aua 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 Haben sie verdient Weil sie nicht aufpassen Passen einfach Ja doch, aber ich muss ja nicht auf dem Video So mein Freund, jetzt bist du rein Das haben sie in der letzten Woche auch schon gesagt Das haben sie in der letzten Woche auch schon gesagt Ach, ich hol mir mal eine neue Muni Immer Muni holen Ja Weil hier ist eine Muni-Kiste Und alles ausfüllen So, und jetzt habe ich nämlich die Schnauze gestrichen voll Dach Oh Das wird da blüht mit der Hauptsache Ja, richtig Ich werde wütend Teintlicher Kontrollpunkt entdeckt Jetzt ist er tot Aber wir wollen ja gar nicht den Kontrollpunkt machen eigentlich Ja, das wollen wir ja auch gar nicht Wir wollen ja nach Tidal Bessin, ne? Zum Stützpunkt Kommen sie jetzt Ja, wir gehen jetzt zum Stützpunkt Tidal Bessin Tidal Bessin Tidal Bessin Das ist Französisch Tidal Bessin Oh Es plüppt hier nur bei ihnen Da ist Tidal Bessin 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 sie müssen die virus datiker bergen bevor die blacktast sie an einen sicheren ort bringen gehen sie durch den krater und finden sie den pumpenraum wir haben dort sprengsätze angebracht wenn sie die zünden sollten sie reinkommen sind sie ist wieder hin hallo 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 ist hier jemand von den blacktast hier ist ein schlösschen ein schlösschen da ist besonders ich kann doch mit einer schrottflinte nix hallo 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 das sind ja unsere sie sind nicht von den blacktast sie sind nicht von den blacktast die sind nicht okay und jetzt suchen sie den zünder die explosion wird einen einsturz verursachen der sie direkt in die basis bringt versuchen quasi den deutschen zünder hier da geht's durch na super haben das gemacht der hocksten das haben sie jetzt haben wir jetzt hier ab ist hier jemand von den blacktast ich glaube hier fliegen sie genug davon da haben sie ihre blacktast hier ist jemand von den blacktast hallo sind sie rein zufällig von den blacktast mit sicherheit aber der interessiert sich nicht feuerfreigabe das hat gesetzt lebensfunktionen kritisch ich glaube ich nehme ein geschütz glaube ich nehme ein spezialhund hier wo ich hier bin da fliegt was schwere verwundung entdeckt na super ich bin schon wieder fast tot ich habe keine medikits mehr ich glaube das nicht der hund kommt da hier nicht jaja das ist wenn sich mit uns und ist glaube ich gleich tot ein schuss nur auf den hohen bach war ein schuss sehen ja gar nicht da ist der hund ich werde von allen seiten beschissen wo dies weg noch mehr warum sagen sie so was wenn ich jetzt nicht gut dass sie sowas sagen ja nun siehst du mal so der ist hinter mir komm mal her mein Freund komm mal her mein Freund da oben ist ein geschütz glaube ich auch ist auch egal ich muss mal über der gedroppt hat hätte was gedroppt okay da müssen wir ganz langsam vor schleichen hier damit ist das geschützt nicht in den arsch tritt gehen sie müssen hier hin aber das trifft uns garant seitdem wir bleiben hier stehen mal her zu mir wo sind sie denn hier durch ich möchte gar nicht wissen was diese türen beherbergen aber leute ich würde sagen wenn ihr das wissen wollt bleibt dran ich denke mal schon also macht's gut tschüss tschüss tschüss